hallo hallo meine freunde und willkommen zu einer heutigen folge von wolfenstein sind you order was heißt das old blood so erst mal hallo und willkommen an alle alle leute heute heute leute mal sehen was wir jetzt machen so ich würde sagen wir gehen hier raus nein alles fake okay so da kommt noch mehr verdammt ich wollte eigentlich so ich kann so nicht arbeiten so mein freund noch mal ich kann so nicht arbeiten da will man erzählen so hey leute willkommen zurück oder da kann man sich noch nicht bei konzentrieren ja nur mal so okay ein hebel drücken und hebel gedrückt ich glaube wir müssen dadurch da da kein boot war würde ich sagen wir müssen dadurch schwimmen ich glaube ich bin ich werde nominiert für den genius preis 2015 denn ich bin aktuell so kämpfen ob wir es leute das macht mich richtig stolz ich nehme mal lieber doch das in der hand aus sicherheitsgründen wir können immer noch zur pistole wechseln falls wir mal wieder schleichen dürfen wer auch immer hier eine tür gebaut hat tut mir ein bisschen leid nicht so clever ich habe gehört das soll nicht so clever sein ich glaube die sind gepanzert habe ich so ein gefühl habe ich eine schroflinte bekommen oh mein ich habe ja noch das ding aber das wird immer pack ok merken wir uns da kommen jetzt die kripte bastarde die sich denken mich nicht dass du mich abknallt das müssen wir unbedingt merken das ist eine sehr wichtige information die mir so ein bisschen vorenthalten wurde vom spiel überraschung moment machen wir wieder so damit sind auch diese kleinen trottelchen kein problem tatsächlich eine schroflinte das wäre schön aus dem weg okay da waren zwar ein paar gegner aber wir sind irgendwie auf einmal alle verschwunden ich weiß nicht wieso auf einmal sind alle weg kann ich mir überhaupt nicht erklären jetzt müsstest du in die festung kommen alles was du weißt nicht mehr ob du reinkommst aber auch junge wow 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 token okay damit haben wir schon meinen dicken den tod hallo ist meine schrotflinte Nicht mit mir Nicht mit Commander Einmal alles nachladen Scheint so als wenn es jetzt ein bisschen clear ist Okay Das sieht mir alles so nicht geheuer aus so ein bisschen Ui es kommt wieder die Sequenz Burg Wulfenstein Oh hier sind wir in der Burg Kann ja ganz lustig werden Oder auch nicht So Heilung Geh weg So Okay Aua Ich hab vergessen das explodiert Am nächsten Mal ist die Gefahr jetzt gewandt so leicht Ne Ein Arsch weniger Ja ich hab das dicke Gewehr Dann würde ich mich Ich würde an euer Stelle mich einfach denn in Ruhe lassen Wenn ich das habe Da ist verdammt viel Munition und so Dann kommen wir da rein Wahrscheinlich müssen wir da rein weil wir den Hebel betätigen müssen Ich denke ja Okay Ähm Alles nochmal Auffrischen wenn es geht Wirklich alles versuchen mitzunehmen Schöne dicke Ausrüstung Das heißt Gleich wird irgendwas Dickes auf uns zukommen würde ich sagen Das ist ja normal eigentlich Öffnen Oh mein Gott Das hätte ich jetzt Daher nie mit gerechnet Freundchen Da kommt der von hinten und gibt mir Schelle Komm her ich hab noch ein bisschen Muni Kriegst du erstmal reingedrückt Erstmal Rüstung sammeln Das ist noch ein bisschen Action hier aktuell Komm her zeig dich War es das Wo müssen wir hin Ich nehme mal das Gewehr in der Hand Oh oh Ich umlade dann genau nach Ah ja ist ja leer brauche ich gar nicht Komm jetzt nochmal her hier alle Ist hier noch irgendwo Heilung oder so Irgendwas lebt hier doch noch Ich denke mal irgendwas lebt hier noch Oh dann muss ich einfach weiterlaufen Oh Heilung Ich lauf mal weiter Ich lauf mal weiter Boah, das macht fun. Das macht wirklich fun. Hauptsache man schaltet die Dicken da rechtzeitig aus. Nehmen wir natürlich mit, das schöne Ding. Granaten gab es ja auch. Nochmal Scharfschützen, Muni. Da haben wir alles dabei. Das ist prima. Demnächst brauchen wir mal wieder Ausrüstung. Also die Rüstung nicht leben, sondern wirklich die Rüstung. Ich glaube wir müssen da durch. Mein Instinkt sagt mir, wir müssen hier durchkreichen. Ich nehme das mal mit. Damit fühlt man sich doch wohl, oder? Okay, wir können es doch nicht mitnehmen. Schade. Eingehen wir halt ohne weiter. Hat nichts zu sein. Hallo, hallo, hallo. Da ist voll, voll. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Irgendwann hat Jäger jeden so weit. Okay. Da ist ein Equip da. Die sollten wir, wenn es geht, eigentlich umgehen am besten. Ich glaube, dass er nicht gestorben ist. Ich habe es gesehen. Er kann unendliche Schmerzen zu füllen, ohne zu töten. Ich glaube, er ist ein bisschen verrückt. Ach, komm. Das war's. Töte mich. Wie er nicht gestorben ist. Ich hätte gedacht, der ist tot. Der sich hat mich umgedreht. Das hätte ich nochmal nachgeschossen. Dann wäre ich nicht erwischt worden. Das ist doof gelaufen. Echt nicht so gut. Ach, kommt schon wieder erwischt. Ihr seid nervig. Nervig seid ihr. Geht's kaputt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, doofer General. Er stirbt. Alle sterben. Dein. Wo ist der Blödmann? Juckt mich nicht. Ah, da habe ich dich. Du und dein Alarm. Fresse. Mann. Man kann hier nicht mal in Ruhe langschleichen. Ich bist du nicht. Dann machen wir es halt auf die harte Tour. Juckt mich nicht. So. Da will man schleichen. Dann funktioniert das nicht. Jetzt habe ich die mit der Schrotflinte einfach alle auseinander gebumst. So. Man muss ja immer auf die harten Mittel zugreifen langsam. Na ja. So. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Da kommen wir nicht durch. Hier wird überall zu sein, denke ich mal. Ja. Wo müssen wir lang? Ah, hier sieht das so ein bisschen richtig aus. Nein, zu. Hä? Wo zur Hölle muss ich hin? Wir kommen da hin. Äh. Töten hier alles. Ich glaube da oben in der Ecke, ne? War da was? Ich glaube da oben ist was in der Ecke. aber ich komme dahin ach komm an das schaffen wir leute wir brauchen nur ein bisschen ruhe und gemütlichkeit la 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 ok ich kann auch hier hochsehe ich gerade ich bin intelligenter boy die spenden netze hier war schon lange keiner mehr ein nazi stopp hallo wo ist immer lang so da ist auf jeden fall ein willst was lesen zeig dir mal schneewittchen mein freund niemand liest hier war es ja in meiner anwesenheit noch ein paar granaten kann man ja alles mal gebrauchen auch da ist ein hund die sich gerade und das war's mit dem hundin ich repariere dich mal der kamin ist in ordnung moment wir müssen alles einsammeln könnte mir vorstellen dass sie was im plumpsklo verstecken kommen wir nicht hin schade dann nehmen wir einmal unser dickes rohr in die hand falsches dickes rohr auch schon wieder signal entdeckt ich glaub's nicht wo ist der arsch wo ist der alarm fuzzi wo bist du woher soll ich denn wissen dass jetzt mittlerweile alle so behindert gepanzert sind so freundchen so einen haben wir wer schießt mich hier ab du ich war schon bei ihm ich wollte mich durchmetzeln wieder ok 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 ganz ruhig ganz ruhig wir haben jetzt wieder eine chance ninja zu machen den ja den ja weiß ich nicht aber helga behauptet angeblich dass sie von könig otto den winsten als stammt dem kaiser des heiligen römischen reichels genau dem großart war eine beeindruckende frau hast du gewusst dass sie in der heiligen jahr mich hat jemand gesehen als ob die oben dann sagen schieße äh da hinten sagen schießt wenn ich mit dem schalldämpfer auf den typen schieße komm morgen wo ist der andere spandelt wieder ach über mir wahrscheinlich komm ich doch nochmal hoch einmal nachnamen einmal nachnamen jetzt mit dem ist gar Ah, du Arsch. Mein Gott. Den haben wir. Boah. Leute. Das ist ja nicht mehr schön, wie die mich ja alle überschlagen und so. Du hast einen geheimen Bereich entdeckt. Hey, der ist geheim. Ich bin ja wieder hier. Hey. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tüdelü. Bis dann. LOL. Schlafen. Oh, nee. Nicht schon wieder. Das kann ich nicht. Leute, Leute, Leute. Das schaffen wir. Okay, Headshots bringt nichts. Okay. Böse, böse 2D-Menschen. Ihr seid alle böse. Geh weg, geh weg. Oh, Gott. Alles böse 2D-Menschen, Leute. Wow. Da haben wir einen der großen Bösen gekillt. Was kriegt eigentlich Muni? Ja, ich habe mittlerweile dafür wieder Muni. Ja, 30 Schuss. Ein bisschen Fleisch. Hier, lecker Bratwurst und so, ja. Hashtag Klischee. Leute, Leute. Nehmen wir mal hier lang. Ah. Hundi, 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 Hundi. Oh. Böse Hundi. Äh, da gehe ich mal nicht rein. Irgendeine Tür muss doch die richtige sein. Anscheinend sind alle falsch. Hä? Wo muss ich denn lang? Durch die vergitterten Türen? Oh, hier ist noch eine zum Aufmachen. Ich glaube, durch die vergitterten Türen? Wir sind hier einfach falsch oder so, YOLO? Geh mal zurück. Moment. Ich habe sicher irgendwelche richtigen Türen übersehen. Da sind wir langgegangen schon. Ja, hier haben wir den Typen getötet. Genau, hier war der große Raum, wo es in ganz viele Richtungen ging. Nehmen wir mal die Munition mit. Wir gehen mal da lang. Wir gehen mal geradeaus. Okay. Ach, Leute. Erstmal wieder. Mampfen wir nebenbei? Nein, okay. Moment. Äh, Muni, Muni, Muni. Ach, Leute. 2D macht mich fertig. Nehmen wir. Ja. 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 Böse 2D-Menschen. Leute. Ich habe keinen Plan, woher lang? Das ist hier ein Büro, oder? Crazy. Ich hoffe einfach nur per Zufall, dass ich irgendwie richtig bin. Ey, nimm doch mit. Ich mache das alle bösen Hundis. Ich hoffe. Ob es doch hier steht Hunde-Futter. Jetzt glaube ich irgendwo wieder so ein Geheimgang. Denke ich mal. Oder auch nicht. Ach, ich bin immer falsch. Egal, wo ich langlaufe. Da waren wir ja schon. Dann gehen wir mal da lang. Monizieren mitnehmen. Wir gehen mal gerade aus. Vielleicht sind wir da richtig. Wann haben wir den hier liegen? Boah, Silber. Einfach nur altes Silber, oder was? Wenn ich das gewusst, dann wäre ich hier niemals reingegangen. So. So. Wann, aber viele Gegner... Oh, hier ist eine riesige Stahltüte. Die ist verschlossen. Heißt, ich brauche dafür einen Key? Oder was? Kann man nicht rein, ne? Check fest. Oh, die ist verschlossen. Aber da kriegt man den Key. Okay. Dann spielen wir mit fertig. Nee. Fuck, Alter. Wie das Spiel damals auch designt war. Einfach. Da war auf jeden Fall die Stahltür. Müssen wir uns eventuell mal merken. So viele tote Menschen. Warum macht ihr so viel Schaden? Alter. Sie sind tot. Da hatten wir aber Glück. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Muni da mit. Ich bin gleich tot. Ich will jetzt ungern sterben. Ich bin ja schon so ein bisschen weitergekommen. Alter. Überall diese gleichen Gänge. Das ist ja unglaublich. Erstmal regenerieren, regenerieren. Und dann öffnen wir die Tür. Oh ne. Wieder so ein dicker Spacko. Ist er gestorben? Nicer Dicer. 20 Heilung auf jeden Fall. Aber immer noch kein Schlüssel oder so. Fließ. Fließ. Da waren wir jetzt schon überall. Hier waren die Dicken drinnen. Hier haben wir ja ordentlich gekillert. Und da kommen wir. Von da kommen wir. Oder kommen wir von da hinten. Von hier. Wir kommen glaube ich von hier. Oh Leute. Habe ich einfach den Part beenden sollen. Oh. Oh. Fuck. Wir sind gestorben. Lol. Alles umsonst. Na gut. Bis dann. Wir sind gestorben. Hahaha. Witz.